Bibi Blocksberg Wir sind gespannt, was du heute wieder machst. Okay, vielen Dank hier wieder für das nette und informative Intro hier bei Bibi Blocksberg Freitag, der 13. Ja, wir sind beim dritten Teil angekommen, ja, der Bibi Blocksberg Reihe. Diesmal, ja, wie der Name schon sagt, geht es wohl deutlich in die Region des Unglücks. Und, ja, wir schauen mal, was uns da erwartet. Ich habe diesmal tatsächlich gar nicht reingeschaut, weil ich einfach die Einstellungen und Aufnahme... Wenn du hier klickst, kannst du ein neues Spiel beginnen. Okay, ist gut. Einfach übernommen habe, deswegen bin ich jetzt genauso, ja, unvoreingenommen und genauso gespannt wie ihr, was uns denn hier heute so erwarten wird. Dann würde ich sagen, wählen wir einmal dort den roten Kalender aus. Wenn du hier klickst, kannst du ein neues Spiel beginnen. Sehr gut, das werden wir machen. Los geht's. Viel Spaß in einem neuen Abenteuer mit Bibi. Los geht's. Im Namen aller hier anwesenden Hexen möchte ich euch beiden für die Einladung zu dieser Versammlung an diesem außergewöhnlichen Tag danken. Ganz besonders dir, Runzia. Schließlich sind wir hier bei dir zu Gast. Ach, Krötenzahn und Hasenpfote, das ist doch alte Tradition. Tradition, genau. Wie jedes Mal an einem Freitag dem Dreizehnten. Das stimmt. Morgen ist es wieder soweit und... Und dafür haben wir uns etwas besonders Lustiges ausgedacht. Wir werden zusammen in Neustadt unser hexisches Unwesen treiben. Meint ihr wirklich? Na klar, super Idee. Ist doch klasse, was Blumenpott? Nicht, Schubiha. Nein, ich halte das für eine schlechte Idee. Ey, warum denn? Heutzutage gibt es viel zu viele Gefahren in einer Stadt. Ja, das denke ich auch. Soll das etwa heißen, wir werden keinen Schabernack treiben? Doch, aber nicht auf den Straßen in Neustadt. Das lasse ich mir nicht gefallen. Krötenschleim und Hasenzahn, das geht zu weit. Nicht mit mir. Aber Runzia. Dieser Freitag gehört uns. Ene mene, großer Hafen. Alte Mania, wirst schön schlafen. Ene mene, treue Hex. Mach flaui, paui zum Gewächs. Bibi, ich muss zu Bibi. Ene mene, Hexenfratze. Schubiha wird eine Katze. Hexe. Sie wird völlig verwirrt sein, wenn sie aufwacht. Beim Krähenfuß, was wie ein ausgesprochen hübsches Pflänzchen hier herumsteht. Und erst das Kätzchen. Die werden uns nicht mehr stören. Weißt du was? Wir fliegen nach Neustadt. Und zur Krönung werden wir die Turmuhr verhexen. Die Turmuhr? Das ist eine hervorragende Idee, Runzia. So, jetzt wirken alle unsere Hexereien bis zum Abend des 13. Und niemand kann uns vorher aufhalten. Krähenfuß und Krötenpfote. Du kennst dich aber aus. Das wird ein Spaß. Und wie. Heute ist ein ganz besonderer Tag für uns Hexen. Will ich gar nicht wissen. Ich hab es dir doch erklärt, Bibi. Geht es immer noch um diese Hexenversammlung? Genau. Ich darf nämlich nicht mit. Du meine Güte. Heute ist ja Freitag, der 13. Keine zehn Pferde bekommen mich heute vor die Tür. Einigt euch, wie ihr wollt, aber ich stehe erst wieder auf, wenn dieser grässliche Tag vorüber ist. Dieser Aberglaube. Also gut, Bibi. Die Versammlung heute bei Runzia ist ein Hexentreffen, das selbst für erfahrene Hexen gefährlich sein kann. Also, ich möchte, dass du zu Hause bleibst. Und für heute gilt absolutes Hexverbot. Zur Sicherheit hexe ich einen Knoten in deinen Besen und blockiere deine Flugsprüche. Mami! Gut, dann gehe ich jetzt. Morgen früh bin ich wieder zurück. Macht's gut, ihr beiden. Falls irgendetwas sein sollte, kannst du mit diesem Spruch zu mir fliegen. Das gilt aber nur für den Notfall. Hörst du? Oh je, oh je, oh je, oh je. Das ist ja hervorragend, wie das hier alles schon wieder anfängt. Also, wir dürfen wahrscheinlich erstmal vorerst nicht mit unserem Besen fliegen. Schaue ich mal gerade kurz, ob wir überhaupt zaubern dürfen. Um zu hexen, benötigt sie dieses Buch. Okay, also wir können schon, genau, wir können auch später nochmal fliegen. Okay, okay, also es ist jetzt nicht so, was ich jetzt gerade befürchtet hatte, dass wir jetzt komplett ohne Zauberkraft quasi gegen Zauberei kämpfen müssen. Das wäre, ich glaube, das wäre etwas astronomisch. Und ja, genau. Aber damit erstmal nochmal recht herzlich willkommen hier bei Bibi Blocksberg, Freitag der 13. Und ja, also ich meine, da ist ja jetzt erstmal schon mal richtig, es ist schon mal richtig mit einer Revolte losgegangen, würde ich jetzt mal sagen. Also, hervorragend. Alles andere als gut, auf jeden Fall. Genau, und wir müssen jetzt natürlich schauen, dass wir das Unheil von Neustadt fernhalten und ja, dass wir irgendwie einen Weg finden, die beiden Hexen aufzuhalten. Und ja, ich frage mich auch, was die sich dabei denken, vor allem so nach hinten raus, ne? Also, wie soll das danach werden? Ist ja, ist ja auch gerade in der aktuellen Zeit bei uns so ein bisschen die Frage, wie soll das alles danach mal werden. Da scheinen die Leute nicht mehr so wirklich drüber nachzudenken. Genau, aber wir bringen uns hier nochmal eben auf den neuesten Stand. Das Zauberbuch, das hatten wir uns ja schon angeschaut. Was haben wir denn hier? Das ist die Anzeige für Bibis Hexkraft. Okay, ja, die ist sehr wichtig, wie wir das ja auch schon in den letzten Aufnahmen von Bibi Blocksberg schon herausgefunden haben. Hier kannst du sehen, was Bibi dabei hat. Okay, da werfen wir, glaube ich, schon mal direkt mal einen Blick rein. Okay, wir haben aktuell nichts dabei. Hätte ja sein können, dass wir irgendwie, was weiß ich, einen Schlüssel oder so dabei haben. Aber dem ist tatsächlich nicht so. Dann werfen wir hier nochmal einen Blick ins Zauberbuch. Ähm, Mistag Schmaus fliegt zu Runzias Hexenhaus. Okay. Ene Mene große Zehen. Ich kann das, was du sagst, verstehen. Ene Mene mehr und Tang. Ich wünsche mir Klaas... Klaas Orchesterklang. Okay. Manchmal sind die Reime da aber auch etwas erzwungen. Aber gut. Ene Mene Luftballons. Ich will zum... Ene Mene Luftballon. Ich will zum Polizeibalkon. Ene Mene wilder Stier. Wir hexen uns ein Elixier. Ene Mene saßen Bronsketoffelbrei. Bring mich nach Haus. Okay. Ah, Kala Kolumna. Sehr schön. Ene Mene roter Boden. Bring mich schnell zur Redaktion. Ene Mene junge Birken. Nur grünes Wasser kann hier wirken. Okay. Ene Mene viel Geschwafel. Rezept stehe auf der Eichentafel. Ene Mene Klebeband. Der Polizeichef ist entspannt. Sehr gut. Also das könnten viele in der heutigen Zeit auch gebrauchen, diesen Zauberspruch. Da bin ich mir ganz sicher. Ene Mene Feder Kiel. Kein Knoten ist hier mehr am Stiel. Ah, okay. Das könnte uns auf jeden Fall sehr weiterhelfen gleich. Ene Mene finstere Zahl. Die Turmuhr sei sofort normal. Ene Mene Wind und Sturm. Die Turmuhr tickt am Rathausturm. Und Ene Mene großer Wagen. Ihr beide sollt hier Wurzeln schlagen. Okay. Das war die letzte Seite. Hier fehlt uns wahrscheinlich noch einer. Der wird ja noch dazukommen. Aber da haben wir jetzt tatsächlich sehr, sehr viele Zaubersprüche mittlerweile. Aber es ist ja auch normal irgendwo, dass das Spiele im weiteren Verlauf der Spielereien immer komplexer werden. Beziehungsweise immer mehr Aspekte mit reinbringen. Und immer mehr sich gedacht wird, ah guck mal, das könnte man ja auch noch irgendwie mit Zaubersprüchen verbinden. Weil ich meine, Bill Blocksberg ist eine Hexe. Und da müssen einfach Zaubersprüche her. Ja, natürlich macht, oder würde ich jetzt so denken, ist dann man, wenn man selbst zauberfähig ist, dass man dann irgendwann auch nicht mehr wirklich alles von Hand macht. Also deswegen dachte ich mir auch vorhin beim Intro, dass die beiden Hexen, wie die da so abgehen, dass die vielleicht auch ein bisschen von ihrer Menschlichkeit mittlerweile schon eingebüßt haben. Und dadurch einfach sehr rigoros sind. Ja, und auch einfach sehr von wegen, oh, also ich lasse mir da gar nichts sagen von irgendeinem Menschen. Und die müssen selber gucken, wie die klarkommen. Ja, wobei man natürlich auch sehen muss, dass Hexen und Zauberer, fangen wir die Diskussion nicht an, ob sie bei uns in unserer Welt oder in unserem Leben wirklich gab oder gibt. Aber die hatten keinen so wirklich guten Ruf oder haben keinen guten Ruf, sagen wir das mal so. So, und dann würde ich mal, ah, wir hatten hier auch wieder Hinweise. Wenn du nicht mehr weiter weißt, kannst du hier Hilfe bekommen. Gut, dann schauen wir da erstmal nochmal direkt rein, weil die waren eigentlich immer sehr gut das letzte Mal. Den Flugspruch willst du wiederkriegen? Hexmania frei und du kannst fliegen. Okay, okay. Der Kürbis ist zu groß zum Essen. Hast du das Messer denn vergessen? Da haben wir ein Messer direkt auf dem Tisch, das würde ich dann direkt noch mitnehmen. Auch wenn man das als Kind, ne, Messer, Gabel, Schere, Licht, sind für kleine Kinder nicht. Na, also, naja. Der Kürbis kommt noch nicht hervor? Dann brau dir was im Hexlabor. Aber da steht, dann such genau im Hexlabor. Aber egal, naja. Wenn's schwierig wird, dann denk daran, dass Bibi ja auch hexen kann. Das hatten wir in den letzten Folgen immer wieder aus den Augen verloren. Dann, beziehungsweise auch mit dieser Mrs. Pam oder Madame Pam, dass die ja dann auch noch in den Käfig sollte. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Naja, gut. Was haben wir hier? Ah, ein bisschen schwierig. Beim Hexen schnell die Hexkraft sinkt. Ein sandig Ding sie wiederbringt. Ein sandig Ding sie wiederbringt. Also keine, ähm, keine Berghain-Drops mehr. Du kannst das Kätzchen nicht verstehen? Mit einem Hexspruch wird es gehen. Okay, sehr gut. Weiß Bescheid. Perfekt. So, dann würde ich das Messer hier einmal kurz einstecken. Ein Kuchenmesser. Wer weiß, wo ich das heute noch gebrauchen kann. Sehr gut. Ich hoffe, sie fragt das nicht immer wieder nach, wie in den letzten Teilen. So, was haben wir hier? Wüstensandkekse. Ein neues Rezept von Mami. Zack. Oh, sind die bröselig. Aber sie wirken. Die nehme ich am besten mit, damit ich sie auch unterwegs benutzen kann. Ah, sehr gut. Oha. Oha. Alter, wie cool ist das denn? Jetzt müssen wir nicht immer wieder... Oha. Also das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Das ist mal ein Fortschritt. Heiliger Bim Bam. Und ich muss tatsächlich ehrlich sagen, das überrascht mich wirklich. Weil die Spiele sind aus den 2000ern. Also wir sind jetzt in der dritten Reihe. Also nicht in der dritten Reihe, in der dritten Ausgabe, sage ich jetzt mal. Und die sind alle aus den 2000ern. Das heißt, da muss in relativ kurzer Zeit, muss jemand auf die Idee gekommen sein. Ey, guck mal, das macht mehr Sinn, wenn die die einfach mitnehmen kann. Und nicht die ganze Zeit irgendwie an so statische Punkte gehen muss, wo man die dann wieder aufludeln kann. Und man nimmt die einfach mit. Mega nice. Sehr cool. So, Papi, was ist mit dir? Ist der Tag schon vorbei? Nicht? Na, ich bleibe jedenfalls unter der Decke. Ah, warte mal. Ich gucke mir hier oben den Kalender. Heute ist Freitag, der 13. Ja, leider immer noch. Kann man den irgendwie denken lassen, dass er einen Tag später ist? Ah. Nee, aber warte mal. Dann lass mal da eben. Kann ich nicht? Ich gehe heute nicht ans Telefon. Es kann sich ja nur um eine Unglücksbotschaft handeln. Dann gehe ich eben ran. Hallo, hier Bibi Blocksberg. Oh, Hallöchen, Bibi. Gut, dass ich dich erwische. Unglaubliche Dinge gehen hier vor. Also, ich bin ja wirklich nicht abergläubisch. Aber ich könnte schwören, dass in meinem Büro alles verhext ist. Frau Kolumna, heute ist Freitag, der 13. Und das ist bei uns Hexen ein wichtiger Feiertag. Ein Feiertag? Das musst du mir genauer erklären. Am besten, du kommst so schnell wie möglich in die Redaktion. Ich kann nicht. Mami hat mir verboten, zu fliegen. Ach, das noch? Aber dir fällt doch bestimmt was ein. Schau doch mal in eurem Hexenhäuschen nach. Bis später. Das war ja komisch. Vielleicht kann ich ja hier im Haus wirklich was finden, was mir hilft. Ja, du bist doch eine Hexe. Da fällt uns bestimmt was ein. Da fällt uns bestimmt was ein, was uns da irgendwie weiterhilft. Hilft vor allem. Hilft. Hilft wäre, glaube ich, besser. So, hier können wir tatsächlich nichts machen. Wenn ich jetzt da nochmal drauf drücke, dann wird wahrscheinlich nochmal die Sequenz getriggert. Das hat man ja die letzten Male auch schon. Ich muss nicht telefonieren. Okay, aber später vielleicht. So, mit ihm ist wahrscheinlich dasselbe. Heute gehe ich besser zur Tür raus. Ja, in dem Teil davor ist sie ja... Ah nein, in dem ersten Teil. In dem ersten Teil ist sie ja durchs Fenster rein und raus. Vielleicht ist es da drauf, eine Anspielung. Auch sehr cool. So, und das ist wahrscheinlich der Papa, den wir da anklicken können, oder? Solange der Tag nicht vorbei ist, bleibe ich auf meinem sicheren Sofa. Aber auch cool, dass er auch unterschiedliche Sachen sagt. Auch sehr cool. Auch nicht verständlich gewesen damals. Äh, selbstverständlich gewesen damals. So, dann gehen wir einmal nach oben. Da sollte eigentlich das Labor sein, oder? Da geht es zum Dachboden hoch. Oder Dachboden. Na, dann geh doch mal hoch. Gut, ich geh auf den Dachboden. Okay, aber vielleicht fragt sie nicht jedes Mal nach. Okay, wir haben eine Nähmaschine. Wir haben eine interessante Lampe, einen Ball. Dann ist das Fenster auf. Da können wir vielleicht durchfliegen später. So, was haben wir? Da haben wir, wir haben hier natürlich die Truhe. Hier rechts geht es nicht weiter. Und hier haben wir irgendeinen Bollerwagen. Was haben wir denn da drin? Mein alter Puppenwagen. Hm, oh, schöner Puppenwagen. Schöner Puppenwagen. Damit haben Kinder früher sehr, sehr gerne gespielt. Ich weiß gar nicht, wie Kinder heute so ihre Zeit verbringen. Aber ich glaube, nicht mehr so lange mit Puppen, wie das früher der Fall war. Mami hat mir damit dieses Kleid genäht. Oh, schön. Ist aber auch ein schönes Kleid. Aber ich hätte jetzt eher gedacht, dass es so ein übergroßes T-Shirt ist. Ich hätte es jetzt nicht als Kleid empfunden. Aber ich glaube, ich kenne mich da auch mit Frauenkleidung, beziehungsweise mit längeren Kleidungsstücken, sagen wir das lieber so rum, kenne ich mich überhaupt nicht aus. Also für mich ist eigentlich alles, was zwei Ärmel hat und keine Hosenteile dran hat, ist eigentlich ein T-Shirt. Und die sind entweder kürzer oder länger. Auch ein Kleid wäre für mich ein T-Shirt. Aber ein Jump-View zum Beispiel ist dann kein T-Shirt mehr, weil da ist dann Hose dazu. Aber ein Pullover ist auch kein T-Shirt, weil es ein Pullover ist, weil es dicker ist. Also es ist schon auch nicht so einfach. So, gut. Aber da können wir wahrscheinlich so nichts mit machen. Da haben wir eine Truhe. Was ist da denn drin? Ah, ich dachte, wir hätten das jetzt noch aufhexen müssen. Aber gut, die ist auf. Sehr gut. Können wir da irgendwas... Ah, oha, sehr gut. Freitag der 13. Ah, warte mal, wir können es auch vorlesen lassen. Freitag der 13. ist ein Datum, an dem einige Hexen ihre Künste sogar an anderen Hexen erproben. Daher sollte man auch als Hexe an einem solchen Tag sehr vorsichtig sein. Mami hat also doch recht gehabt. Ist aber dann auch... Weiß ich jetzt nicht so unbedingt, ob man vielleicht auch als... Es sind ja nicht so viele Hexen im Vergleich zu der normalen Bevölkerung. Und dann sollte man vielleicht schon ein bisschen darauf achten, dass man sich nicht gegenseitig irgendwie die Pest auf den Arsch zaubert. Aber ich weiß nicht, ob das... Naja. Also vielleicht sollte man eher daran gelegen sein, die Hexen, die man hat, oder die Zauberer, die man hat, dass man die irgendwie beisammen hält. Das habe ich nie so wirklich verstanden, warum dann da irgendwie immer so ein Fokus-Fokus daraus gemacht wird. Also vielleicht sind dann Hexe und Zauberer zum gewissen Teil doch noch Menschen. Dass sie immer irgendwie versuchen, gegenüber anderen Macht zu nutzen und zu missbrauchen. Freitag der 13. ist für viele Hexen eine Gelegenheit, sich zu treffen und den Aberglauben der Menschen kräftig zu schüren. Vor allem aber haben die Hexen miteinander eine Menge Spaß. Ich bin schon 13, also alt genug, um dabei zu sein. Sehr gut. Aber naja, so ein Leben sollte halt auch nicht nur aus Spaß bestehen. Aber naja. So. Manchmal kann es vorkommen, dass Sprüche an diesem Tag nicht funktionieren oder das Gegenteil bewirken. Oder das Gegenteil bewirken. Das ist interessant. Und nicht funktionieren. Okay, also das heißt, es gibt eine gewisse Chance, dass Zaubersprüche einfach nicht funktionieren bei uns. Okay, und dass sie auch Gegenteil bewirken können. Aber über diesen Teil der Katze da weiß ich jetzt nicht, dass der so ausgeprägt da irgendwie so vorhanden sein muss. Gehen wir einfach mal weiter hier. Ach ja, ach ja. Elixiere sind hochwirksame Hexentränke, mit denen man besonders vorsichtig umgehen muss. Okay, okay. Also es gibt ja auch einen Zauberspruch, ein Bibis Zauberbuch, wo es auch um Elixiere geht. Ja, da schauen wir mal. Da schauen wir mal, was es da so gibt. Okay. Ein beliebter hexischer Gegenstand ist der allwissende Spiegel. Der allwissende Spiegel kann alles zeigen, was man sehen möchte. Okay. 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 Interessant. Interessant. Ach guck mal, da haben wir doch schon direkt ein Elixier, oder? Da steht ja was drauf. Okay, und was steht da drauf? Drei Blätter Silberkraut, möglichst viel grünes Hexenwasser und vier Rumpelkörner in einen Glasballon schütten und den Elixierspruch anwenden. Das merke ich mir. Okay. Was ist denn da drin? Ja, dann guck doch mal da rein, was da drin ist. Mist. Jetzt ist es leer. Jetzt werde ich nie erfahren, wozu das gut war. Was? Was? Was ist? Das ist ein Wachstumselixier. Super. Ich nehme das Fläschchen lieber mit. Vielleicht kann ich das Zeug irgendwo nachmischen. Sehr gut. Durch das Elixier ist sie so schnell gewachsen. Ich muss es irgendwie nachmischen. Okay, okay. Und da haben wir jetzt noch mal das Buch drin. Das haben wir ja aber schon gelesen. Okay, 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 okay. Ich glaube, dann war es das hier oben aber auch erstmal. Hier geht es runter ins Wohnzimmer. Gut, dann gehen wir mal ins Wohnzimmer. Okay, nochmal ein kleines Rave hier. Sehr gut, dann sind wir jetzt hier überall schon, beziehungsweise haben wir hier schon mal so ein bisschen rumgeguckt. Da wäre jetzt tatsächlich, das war glaube ich so die einzig wirklich coole Sache an 1,5 Ritter, an dem Spiel. Dort konnte man sich mit der Leertaste, konnte man sich immer alle möglichen Aktionen anzeigen lassen. Das geht hier vielleicht ein bisschen unter, ab und zu. Deswegen wäre hier so eine Funktion eigentlich ganz cool. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es die gibt. Okay, da haben wir nochmal Kartoffelbrei, den wir theoretisch angelegen können. Aber dann gehen wir mal hier rüber. Ach, da geht es zur Haustür. Okay, dann... So kann ich ihn nicht benutzen. So kann... So kann ich ihn nicht benutzen. Achso, da kann man dann quasi rausgehen. Okay. Aber kann ich jetzt... Äh... Da ist kein... Ach, jetzt kann ich zaubern. Okay. Ene mene Federkiel? Kein Knoten ist hier mehr im Stiel. Hektik! Sehr gut. Das ist natürlich auch ein hervor... Super, es hat geklappt! Natürlich auch ein hervorragender Zauberspruch von der Mutter, wenn ich den auch einfach wieder runterzaubern kann. Das ist natürlich hilfreich. So. Ähm... Und dann können wir jetzt hier quasi direkt raus und uns anschauen, was die beiden Hexen so in Neustadt veranstaltet haben. Ähm... Aber ich glaube, das schauen wir uns dann mal in der nächsten Folge an. Und ja, bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Bis dahin. Euer Kai. Ciao. Ciao. Ciao.